Was kann ich bei einem Single-Photon-Emissions-Computer-Tomografie-Bonus-Scanner warten? Bei einem Einzelfoton-Emissions-Computer-Tomografen werden die Knochen eines Patienten mit einer Gamma-Kamera abgebildet, nachdem ein radioaktiver Träser injiziert wurde. Der Scan selbst dauert etwa 30 Minuten bis zu einer Stunde und erfordert, dass der Patient sehr ruhig auf einem Tisch liegt. Der gesamte Prozess umfasst eine Wartezeit von 3 bis 4 Stunden, bis der Träser in Umlauf ist, und die Patienten sollten einen halben Tag für einen Einzelfoton-Emissions-Computer-Tomografen vorsehen. Dieser Test ist sehr empfindlich und liefert ein detailliertes Bild der Knochen. Ein Arzt kann einen Computertomografen mit Einzelfoton-Emission anfordern, wenn Bedenken hinsichtlich Haar-Frakturen bestehen, insbesondere in der Wirbelsäule. Diese Frakturen treten bei herkömmlichen bildgebenden Untersuchungen nicht auf. In einigen Fällen bitten Ärzte um einen dreiphasigen Test, bei dem drei Sätze von Bildern über mehrere Stunden hinweg aufgenommen werden, während in anderen Fällen ein einziger Satz von Bildern ausreicht. Der erste Schritt in einem Einzelfoton-Emissions-Computer-Tomografen ist die Platzierung des Träser-Materials. Dieses Material wird von den Knochen absorbiert, wenn es durch den Körper zirkuliert und die Strahlendosis sehr gering ist. Nach dem Screen wird es in Schweiß und Urin beseitigt. Das Risiko allergischer Reaktionen auf den Träser ist gering, aber die Patienten sollten sicherstellen, dass die Ärzte sich der Allergien bewusst sind, und schwangere Patienten sollten sich an ihren Geburtshelfer wenden, um festzustellen, ob der Scan sicher ist. Es dauert ungefähr drei Stunden, bis der Träser vollständig zirkuliert. In einigen Kliniken können Patienten gehen und wieder zurückkommen, während andere Patienten aufnehmen können, die lieber in der Klinik warten würden. Sobald der Träser aufgenommen wurde, wird der Patient aufgefordert, sich auf einen Tisch zu legen und wird gescannt. Der Einzelfoton-Emissions-Computer-Tomografie-Knochenscan dauert etwa eine Stunde, wenn ein Ganzkörperbild aufgenommen wird, und benötigt weniger Zeit, wenn nur ein Bereich des Körpers abgebildet wird. Patienten, die sich beim Liegen unwohl fühlen, können sedativa erhalten und können während des Tests Musik oder Bücher auf Band hören, um sich zu entspannen. Es ist ratsam, vor dem Scan für Komfort zu urinieren. Nach dem Single-Photon-Emissions-Computer-Tomografen wird den Patienten empfohlen, viel Wasser zu trinken, um den Träser schneller aus dem Körper zu entfernen. Der Arzt kann die Ergebnisse nach der Überprüfung besprechen und feststellen, ob zusätzliche Tests erforderlich sind oder ob ein Behandlungsplan für den Patienten erstellt werden kann.